Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einer weiteren Part FIFA 17 Online. Wie ihr seht, ich habe 19.000 Münzen und wir machen jetzt einfach, ja, für 15.000 Münzen. Ich weiß, eigentlich ist es dumm, aber egal. Hm, hier haben wir 4-3-3 zurückgezogen. 4-3-3 zurückgezogen ist halt eigentlich so das Beste, was man nehmen kann. Und wir kriegen Sanchez, Quadrado, Ronaldo, Shaqiri, Coutinho und Ronaldo ist am Start. Diesmal halt auch LF, ja. Gehen wir mal ZM, Gomez, Ramsey, Chagwef, Parolo, Koke. Ja, ich, es gibt halt zwei, Ramsey, ich würde Ramsey immer noch so gerne nehmen, immer, ne. Koke oder Gormesh. Er hat ein Zweier-Link, ein Dings-Link hier, ein Grün-Link, genau. Aber er nicht, aber er ist... Boah, wir nehmen einfach mal ihn. So, gehen wir auch mal linker Verteidiger. Da haben wir Gips, Cuentrao, Amero, Schmelzer und Lulic. Cuentrao müssen wir nehmen. Der hat auch einen grünen Link. Oh mein Gott, wir haben ja schon eine 30er Chemie. Dann haben wir Martinez, Van Dijk, Jadel, Hübeles, Reit. Martinez oder Jadel müssen wir eigentlich nehmen. Der hat einen Orangenen und der auch, ne. Ne, der nicht. Ach, das ist hier saub. Ne, saub, Paolo, was lauere ich? Ja, nehmen wir ihn. Keine Ahnung, was ich gerade... Neuer, Courtois, Mandana, Tschech. Oblak. Orangenen und Ling hat Oblak. Nehmen wir auch Oblak. Ist mir egal, scheiß auf neuer. Nehmen wir Oblak. Und hoffen. Cale, Williams, Reit, Jadel, Jimenez. Zack, grüner Link. Oh mein Gott, Leute, es läuft. Wir haben ein richtig gutes Team bis jetzt. Ah gut, jetzt kommen nicht so gute. Aber Mallow müssen wir nehmen eigentlich, weil der einen Link hat. So, ZDM. Aha. Ah, da haben wir jetzt wieder nicht so passende. Ja, puh, Bradley, guck mal her, ja. Da hat gar keiner gepasst, außer ich habe jetzt einen Fehler gebaut, gemacht, getan. André wäre ganz gut, wegen Portugal. Oder Parejo. Nehmen wir mal Parejo. Rf, gib mir. Messi. Schade. Wähler. Orangenen und Link. Sonst nichts wirklich. Ich nehme einfach Lukas. Weil Lukas cool ist. Ja, er hat einen Orangenen und Link auf jeden Fall zu ihm. Und das ist auch eigentlich, wir müssen ihn eigentlich nehmen. Aber es jetzt sieht nicht schlecht aus, Leute. Nicht schlecht, Leute. Torwart, hm. Könnten sonst noch Valdez nehmen. Der hat aber schlechtere, logischerweise. Verteidiger. Yadel. Den habe ich eben verkauft. Brasilianer, der bringt mir mal nichts. Der auch nicht. Varan. Der ja, wieso, nehme ich den nicht gleich. Plus drei, zack. Noch einer von Real Madrid halt, so, ne. Schon der dritte. Oh, Abelora. Abelora? Das ist doch der Abelora, oder nicht? Ne, das kann nicht der Abelora sein. Hä, Abelora? Bin ich dumm. Der war doch auch bei Real Madrid. Ist das nicht der? Ne, kann ja nicht sein. Alvaro. Keine Ahnung, wie der mit Vornamen hieß. Mal gucken, was wir jetzt noch haben. Chudley. Alley. Äh. Wo spielt denn der? Auch in... Premier League. Den können wir den ja eigentlich nehmen. ZOM wäre der auch. Aber leider würde der mir da nichts bringen. Was ist eigentlich, wenn wir... Minus und da auch Minus, ja. Hm. Aber Chudley können wir trotzdem mal so nehmen. Heller. Wow. Der, wow, der ist voll schnell. Wieso ist der so schnell? Vier, okay. Alter. Das kann nicht sein. Nehmen wir einfach Heller. Der ist schnell. War jetzt mal wieder... Egal, wen wir nehmen. Oh, was? Ne. Messi, Bale, Vardy. Absolut unfair. Aber eigentlich muss ich Messi nehmen. Oder Bale, aber... Ja, nehmen wir Messi, oder? Messi, komm her. So, der hat einen Link zu ihm. Und wenn ich so mache, macht es trotzdem Minus, ja. Weil der nach oben und unten drei hat, ne? Okay. Ich brauche einen Stürmer. Einen anderen Stürmer. Shit. Klein Schweinsteiger. Danny. Danny würde perfekt passen. Aber leider ist der ZOM. Ich hätte den ZM gebraucht. Wir nehmen ihn trotzdem. Was? Der würde Minus machen? Als ob. Der hat doch... Als ob der Minus macht. Ja, wir lassen ihn erstmal drin. Okay. Falco... Grimaldo. Ach, eigentlich ist das auch egal. Die bringen mir eigentlich alle nichts. Oder? Hm, eigentlich nicht. Nehmen wir... Rese. Ribery! Sanchez, William, Mertens, Rooney... Die bringen mir eigentlich auch alle nichts. Scheiße. Ja, William... Ich brauche einen Stürmer, Mann. Einfach nur einen Stürmer. Guck mal, was bringt mir Rory? Sanchez, was bringen die mir? William auch nichts. Rooney bringt mir auch nichts. Nehmen wir William. Ich weiß es nicht. Leute, ich brauche einen Stürmer. Unbedingt. Ich kriege aber keinen. Rose bringt mir nichts. Vidal, 91 Tempo. Alter. Die Davi. Ja, nehmen wir Vidal. Macht aber nicht wirklich einen Unterschied. Aber... Ich glaube, wir nehmen ihn trotzdem mit rein. Ich brauche einen guten Stürmer. Ibarbo. Calejón. Alle nicht so... Guck mal, Premier League. Ach. Ne, Mann, das ist nicht wahr. Nehmen wir Wilson oder was? Der ist auch schnell. Guck mal, plus einen gibt er mir. Ach, das ist auch kacke. Da kriege ich doch bestimmt keinen guten Stürmer mehr. Ja, I ist richtig. Baptista. Geh dort. Wo spielen die denn alle? Alter. Na dann. Ja, muss ich ja so machen jetzt, ne? Also, Rese kommt mit rein. Bradley raus, würde ich sagen. Könnten höchstens noch... Na gut. Ob das jetzt viel bringt. Das bringt viel, ja. Das ist egal. Lassen wir das mal so. Aber der... Den grünen Link zu... Ah, okay, ja. Oder? Na egal. Bringt auf jeden Fall nichts. Okay. Äh, ja. 97er Chemie haben wir. Das ist gar nicht so schlecht. Hätten wir jetzt noch einen guten Stürmer, der da auch reinpassen würde. Aber der bringt mir da nichts. William kommt auf jeden Fall noch hier mit rein. Gegen ihn. Roberto Firmino. Kann auch noch ein, ja. Gegen... Valdez. Wieder ein richtig starkes Team. Aber leider keinen guten Stürmer. Oder wir könnten ja theoretisch... Theoretisch könnten wir das ja anders machen. Wieso ist mir das nicht früher eingefallen? Könnten so machen. Plus 3, plus 3. Plus 3 würde das auch bringen. Warum auch immer? Wartet mal. Ja, so würde es aber nicht so viel bringen. Ja, ich weiß noch nicht so genau. Das würde es sogar Plus bringen. Wobei... Er hat halt einen, die haben alle 10, außer Messi und er. Scheiße, das gibt es nicht. Das bringt mehr so denn halt, ne. Er hat 4, er hat 7, 10, 10, 10. Nein, nehmen wir mal. Gucken wir mal, wir kommen bestimmt noch auf 100. Argentinier. Ja, auf jeden Fall. 98. 97. 99. 98. Was? Verdammt. Die 99er Chemie haben wir nur. Ronaldo, William, oplack. Zack. 183. Nein. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber... Ich würde gerne... Irgendwie doch noch... ...die 100er Chemie haben. Ich kriege sie aber nie mehr zusammen. Also... Ja, ist eigentlich auch egal, oder? Wieder ein mega gutes Team. Wilson ist auch mega schnell noch. Gut, dann würde ich aber sagen, macht das hier wieder für den Part. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe euch hat er gefallen. Und dann sehen wir uns bei den Spielen wieder beim nächsten Mal. Bis dann und... Ciao. Ciao.